Da! Ich bin bei dir! Hallo, hallo der EAP! Äh, warte mal, warte mal, wie war das mit dem... Moment, Moment, äh, äh, äh... Wie konnte man das Rad nochmal drücken? Wie war das nochmal? T? Ja. Wieso kann ich... Ah, das mit P drücken? Nee. Ich kann zwar auf die Modes drücken, aber ich sehe nichts. Wieso sehe ich da nichts? Nö, P festhalten. Uh, da... P! T wie Theodor! T. Moment. Ich muss hier wieder raus, ich kann nichts... Aha! Stimmt, das habe ich mir auch so aufgeschrieben. Wieso stehst du jetzt neben mir, du Idiot? Weil du eine Idiotin bist. Das sieht aber lustig aus, dass wir nebeneinander stehen und klatschen. Oh, guck mal, wie ich jetzt gucke. Ja, genau so doof wie im Wadenleben. Ja, ja. Nein, nein, nein! Doch, doch, doch! Moment, Moment! Nee, das war mit K. Das war... Warte, 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 warte. So und so. Nein! Oh, schnell noch ein Foto gemacht, weil er sich wieder am Bewegen ist hier, der Idiot. Und ich muss da auch deine Schuhe mit drauf... Jetzt, jetzt hänge ich ja an diesem Blödingen fest. So. Jetzt verfolge ich dich, ich bin jetzt ganz böse und guck mal, was du hier alles gemacht hast. Hä? Ey, kaufen kannst du dich für 145 und verkaufen nur für 34, so eine scheiß Glühbirne. Was für eine Scheiße. Das ist ja beschissen. Guck mal, bin bei dir am Gießen. Die ist mal schön. Aber da war nur eine, hast du nicht noch mehr? Ich hab kein Zeug mehr, ich bin arm. Achso, die hattest du doch, das sind mehrere nebeneinander, ne? Das hab ich auch... Ich bin arm. Äh, du hast nicht... Sag mir jetzt nicht, du hast hier so viel Scheiß stehen und du hast nicht diese Samenmaschine gebaut. Die hab ich, die kann ich noch nicht bauen. Ich hab die, die ist sowas von geil. Die ist sowas von geil. Nee, ohne Scheiß, da kannst du zum Beispiel einen Weizen reintun. Also einen, den du von deinem Feld hast oder so. Wirfst sie da rein, das dauert dann zwar einen ganzen Moment, also so zwei Stunden oder so, ich weiß es nicht. Äh, der macht dir aber vier Samen für neue Weizen daraus. Das heißt, der gibt dir drei zusätzlich. Du kannst dich äffen, so. So, ich kann hier, ich kann hier leider auch nicht bei dir aus Picknick, schade. Bei dir aus Picknick vor allem ist das so. Nee, das geht nicht, man kann sich da nicht hinsetzen irgendwie oder so. Ja, das find ich schade. Hast du schon in mein Haus geguckt hier? Nee, ich war ein bisschen erschrocken wegen dem Ding da hin. Aber guck mal, Rudolf, warum bist du jetzt hier? Bei dem komischen Typen, warum bist du weg von zu Hause? Rudolf, tu mir das nicht an. So, hier, dieser kleine Penner, ne, so nach dem Motto, mein Haus ist verifiziert. Ja. Mhm. Ja, das hat mich fast weggeschmissen, das Ding. Dann hab ich gesagt, irgendwo muss ich das hinstellen. Du hast aber nicht zufällig. Das ist eine Fackel. Oder meinst du, die hier oben an der Decke hier, die hier gecraftet. Stimmt. Und den Trenner hab ich gemacht und daher. Äh, nee, die... Ja, doch, das grüne, das ist gebaut, glaub ich, ne? Ist alles gebaut. Ist nix, hier ist nix. Doch, zwei Sachen. Das Kochgeschirr da oben hab ich hier Geschenke gekriegt. Oder diesen... Das, ach so, das ist der Ofen hier. Nee, den Ofen hab ich gecraftet. Nee, das ist die Vorbereitung. Die Vorbereitung und der Ofen. Das ist der Ofen, ne, genau. Ja. Ja, die hab ich jetzt erst mal noch draußen stehen, damit ich da nicht so rumlaufen muss. Ach, das ist das Ding hier, was man so als Schatten immer sieht. Mhm. Aber du hast genau wie ich auch noch kein Geld gehabt, um hier... Mal anzubauen. Nee. Ja, ich würd gern drauf sparen. Weißt du, wie teuer das ist? Das ist abartig. Die, die ich haben will, 10.000. Das sind die Großen. Ja, und alle, aber die empfehlen, bevor man das macht, soll man lieber den 5.000er Inventar-Erweiterung erst mal holen, damit man mehr Sachen holen kann. Weil du bist immer am Kap hier. Ich muss immer... Naja, das ist total ätzend, das stimmt. Hast du... Ja, bei dir sieht das ja genauso aus. Aber ich kann hier fischen in dem Teich. Aber da sind nur normale Fische. Du hast behauptet, das gehst du... Das gehst du nicht, voll das Deutsch. Du hast behauptet, das geht nicht, aber ich konnte es auch. Ja, doch, in dem Teich geht sie hinten, in dem. Du meinst den hier, oder? Ja. Weil die jetzt gerade auch kommen... Der Ehebund und ich, wir sind das erste Mal gemeinsam am Angeln. Ja. So ein Glück nicht in der Realität. Ich hasse Angeln. Warum? Aber Fisch ist lecker. Wegen den Fischen. Du musst den Fisch aber nicht mit einer Angel angeln, um den so... zu essen. So. Das ist ein Hund ekliger Fisch. Ein Hundsfisch. Ich habe ein Glückskoll bekommen. Hahaha. Ich habe mal wieder nichts zum Essen hier dabei. Och, ich komme hier total unvorbereitet. Stimmt, den Glückskoll habe ich auch mal gehabt. Ne, du brauchst das auch selber. Ich habe, glaube ich, noch was in der Kiste. Dann ist das bestimmt dein Vorrat. Guck mal kurz auf die Uhr, weil... Ich weiß nicht, wie lange ich das aufnehmen kann, weil wir nämlich was zu essen bestellt haben. Und ich gerade so ganz spontan den Ehebund überfallen habe. So, Schatz, ich komme jetzt zu dir nach Hause. Warum wohnen wir eigentlich nicht zusammen? Hä? 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 Ist ja wieder weg. Aber ich habe trotzdem noch den Bonus. Ich habe nichts mit mir zu. Aber ich kann was kochen eben. Wollt ihr mal, ich koche mal was? Kochen könnte ich auch. Aber dafür bräuchte ich auch. Ich möchte Fleisch oder Pilz? Möchte ein gebratenes Fleisch oder Pilze? Ich esse immer Gemüsesuppe. Das heißt, nein, die kann ich jetzt erst heute. Die ist zu teuer. Die ist zu teuer. Aber das müsste man eigentlich machen, damit... Das ist aber eigentlich gar nicht teuer. Du brauchst nur einen Gewürz und einen Gemüse, meine ich, da drin. Sonst war da, glaube ich, nichts mehr, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Kommt das Piepen hier eigentlich die ganze Zeit vor dem Spiel? Oder kommt das von drüben? Oh, lala, mein Fischilein. Du sollst bei mir bleiben, du kleines Schwein. Das war ein knorriger, knorriger Koi. Und schütteln und rühren und dann gibt's eine Suppe. Ja, die habe ich leider verbrennen lassen, weil ich nicht drauf geachtet habe. Echt? Ja, ich sollte das eigentlich als Quest machen. Und dann habe ich gedacht, die braucht ja noch was. Wie kann ich dir denn was geben? Kann ich dir irgendwie direkt so was geben? Ja, hallo, wir haben zusammen... Wie hieß das nochmal mit dem Cooking? Ja, aber nein, wie kann ich dir jetzt hier irgendwas geben? Kann ich dich irgendwie angekriegen? Moment, Moment, ich muss erstmal aus dem Angeln rauskommen, nehme ich mal an. So, dann... Dann ist das eine sehr gute Frage. Also ich kann nicht... Wir stachen uns einfach in die Augen, ja? Aber warte, warte, ich habe was. Freundschaft stumm schalten. Freundschaft beenden, das kann ich machen. Was ist gut? Oh, pfff, ich wollte doch nur hier rausgehen. Aber ich kann nicht irgendwie dir was geben. Warum kann man einem nicht essen geben oder so? Ja, doch, theoretisch. Warte mal, was hast du denn? Ja, ich habe diese Suppe, diese Gemüsesuppe. Dann frag die mal an. Ja, warte mal. Und ich habe Fleisch gebratenes. Nee, du kannst du nicht mit oben? Kannst du an meine Kisten dran nehmen? Das ist... Denke ich nicht, aber kann ich mal kurz ausprobieren. Warte mal. Warte mal Genehmigung, Baulimit. Oh, äh, ich kann sie zumindest ansehen. Warte mal, ich probiere mal eine Karotte rauszunehmen. Oh. Ich sollte vielleicht mal eine Freundesliste mal überdenken. Ja gut, du musst dich alle warte. Ich tue das hier rein. Nimm dir die Gemüsesuppe raus. Ähm... Die ist da drin jetzt. Wahrscheinlich ganz unten, oder? Und die hat so ein Pfeil bei mir hat die so... Nee, oben ist die ganz oben. Bei dem Mehl daneben. Du hast hier ganz viele geschlossene Auslande. Du musst die öffnen. Ach so, ja, die muss ich öffnen. Genau, das habe ich auch jetzt erfahren. Das habe ich dir gesagt. Dankeschön. Ja, weiß ich nicht, von wem ich das erfahren habe. Aber... Äh, ich finde das Gemüse, so bin ich tot, oder was? Das ist Gelee, Blaubeermarmelade? Oder hat das ein Timeout auch, diese Scheiße? Knoblauch? Oder müsste ich nur mal rausgehen, dass der das sich aktualisiert hat? Ja, geh nur mal raus. Geh nur mal raus. Geh nur mal raus. Geh mal auf Kochen dann, dann müsstest du sie sehen. Was ist denn Kochen? Wo sind die aus, oder? Nee, aber bin ich denn doof? Gemüsesuppe steht hier nicht drin. Hä? Hä? Siehst du das Fleisch? Äh, ein einzelnes und zwei mit Sternen. Ja, aber das ist gegrilltes Fleisch, ne? Ja, gegrillte Auster habe ich hier drin. Ja, weiß ich nicht. Hä? 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 Das ist jetzt irgendwie seltsam. Ich habe eine Perle bekommen. Kann das sein, weil ich das hergestellt habe? Aber das wäre ja Schwachsinn. Mach jetzt mal, warte mal, mach jetzt mal was rein. Ich habe hier 17,36. Ich habe jetzt Austernfleisch reingemacht. Oh, nee, das hat sich jetzt aber nicht... Ich habe immer noch 17,36. Hä? Oder hattest du schon Austernfleisch... Nee, hattest du nicht drin. Nee. Die neuen Sachen kann ich nicht sehen. Das ist cool. Kann das sein? Ich denke mal, das hat genauso... Warte mal, ich habe hier ein Misslungenes... Ach, warte mal. Nee, du siehst deins. Ich sehe meins. Ja, das ist geil. Ach, deswegen. Ja, klar. Du hast bestimmt auch nicht die Holzverkleidung und sowas da reingetan. Nein, 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 habe ich nicht. Nee, hier ist auch die Bronze-Trophäe, genau. Wie viele Teile hast du drin? Wie viele hast du drin bei dir? Ich habe 1195 im Moment. 1736 von 2400. Ja, ich habe 2800 schon. Kannst du das denn nicht vielleicht hier braten? Ja, habe ich jetzt wieder rausgenommen. Idiot, warte mal. Ja, das könnte man nämlich noch probieren. Ach, so sieht das Ding hier aus. Das geht ja cool aus. Das muss ich mir doch mal in den Garten stellen. Ja, ich muss wohl 10 Sekunden warten. Ach so, warum habe ich die Angel hier eigentlich die ganze Zeit in der Hand? Weil das sind ja so Sachen, was wahrscheinlich auch die meisten interessiert. Wie das funktioniert und ob man miteinander was teilen kann. Hast du das hier auch, diese Leder-Statts-Hironie? Hast du auch, ne? Äh, willst du mich verarschen? Kannst du das nicht nehmen, oder was? Ich habe es gerade genommen. Guck mal bei dir bitte in deiner Truhe, ob du das jetzt da drin hast. Ne, ich habe es im Inventar. Das ist bei mir ins Inventar gekommen. Ich nehme das und du kriegst das. Ich meine, das ist geil gemacht irgendwo. Musst du überlegen, ne? So, ja klar, wegen dem, damit das nicht, da kann das auch keiner klauen. Ja, ja. Das ist schon, aber das ist natürlich trotzdem doof, weil du willst dem anderen ja vielleicht was geben. Ja, aber irgendwie muss ich dir doch was geben können. Warte mal, ich mache mal eine Anfrage. Ne, warte mal, füllen von Aufträgen meine... Achso, ich kann ja heute keine mehr machen. Ah, willst du mich denn hier? Aber er hat mir gerade gesagt, ich könnte Berechtigung vergeben. Ah, warte mal. Berechtigung, Freundschaften, Freunde, Nachbarn, Besucher. Ja gut, das kann ich jetzt hier wahrscheinlich nicht zeigen oder einstellen. Bearbeiter, du bist... Warte mal. Ich mache dich mal auf Bearbeiter. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Guck mal, guck mal, ob du jetzt aus meiner Kiste was nehmen kannst oder so. Ne, ist immer noch... Wird immer noch meins angezeigt. Diese 1736. Kann ich irgendwas hier hinwerfen? Kann ich auch nicht. Aber ich könnte... Warte mal, ich könnte vielleicht... Ja, ich könnte bei dir... Wenn das funktioniert, ich will jetzt nichts umstellen, ich könnte die Sachen umstellen hier. Ja, das müsste gehen. Die kann ich zumindest anvisieren. Ja, du bist jetzt Bearbeiter, normal dürfte das... Ja, und Haus, also H kann ich auch benutzen. Ich könnte jetzt dein Haus umstellen. Ja. Ja, ich habe dich ja gerade... Ich kann nur... Es gibt nur Bearbeiter, warte mal. Der Ebi hat gar nicht so viel freigeschaltet wie wir. Aber sag dir das nicht. Nee, weil ich kein Geld hatte. Ich bin ja nicht so reich. Aber du hast noch Baule mit 1 von... Nee, 1 von 12. Da habe ich gedacht, ob das das Haus ist. Ach, das ist bestimmt das Haus mit den Erweiterungen wahrscheinlich, oder? Ja, aber ich kann... Warum... Jetzt haben wir... Herzhafte Gemüsesuppen. Warum habe ich drei Gemüsesuppen drin? Hä? Das ist ja ganz dekadent hier. Kann ich aber nicht benutzen. Wieso kann ich den nicht benutzen? Was ist denn das hier? Ist das kein Ofen oder so? Welchen? Wo? Was? Den hier. Den kann ich nicht benutzen. Den hier schon. Das ist ein Glasofen. Das ist der für Glas. Der macht Glas. Jetzt sag bloß, ich kann nur die benutzen, die ich auch freigeschaltet habe. Die wahrscheinlich... Ja, du hast die freigeschaltet. Nee, warte mal. Die kann ich auch nicht benutzen. Wahrscheinlich, damit ich deine Sachen nicht einfach nutzen kann. Also nicht kaputt machen kann, sozusagen. Ja, aber das ist ja bescheuert, oder? Ja, das Problem ist, wie soll ich dir dann helfen, zum Beispiel? Wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir sind beide online, kannst du für mich schon mal, keine Ahnung, die Bretter da reinschmeißen. Ich kann deine Bretter nicht nehmen. Ich kann die nicht da reintun. Also, wenn man das einstellen könnte als Berechtigung für einzelne Personen, dann fände ich das gut. Weißt du, wenn man jetzt sagen würde, jemanden, den man in derselben Gruppe zu spielen? Was ist das denn? Nein, jetzt komme ich da nicht hin. Mach mal. Mach das nochmal, wie geht das? Ja, das kann ich nicht, das ist jetzt weg. Kann ich nochmal machen. Ja, wie hast du das Ding gemacht? Ja, das war die Party, das war dieses... Warte mal, ich mache es wieder weg. So, jetzt nochmal. Ich kann da nicht draufklicken, oder muss ich einfach nur... Nee, jetzt habe ich den Chat geöffnet mit... Wie soll ich das denn annehmen? Das ist sofort wieder weg. Warte mal, Party... Kann ich das irgendwo vielleicht woanders annehmen? Emotes, Neuigkeiten, bei Freunden... Ah, bei Freunden. Nimm das mal an. Läuft noch 38 Sekunden. Gruppen einladen. Nimm das mal an. Naja, ich wollte mir das nur angucken. Jetzt sind wir in einer Gruppe. Das ist nämlich auch in einer Gruppe, muss auch sein, wenn du zusammen angelst, weil das bringt dann nur den Effekt, nicht wenn man nebeneinander steht. Nee, nee, den Effekt habe ich immer noch. Aber hier kann ich immer noch nichts machen. Aber kann ich dir jetzt irgendwas geben? Hier, Craft Items kann ich machen, komischerweise. Ja, aber deine wahrscheinlich, ne? Ja, das ist jetzt die Frage. Warte mal, Blockhüttenbett habe ich... Äh, vier Fälle. Doch, das sieht mir sehr nach meinem aus. Ähm... Dann könnte ich von meinen Sachen hier quasi was craften. Warte mal, hast du... Hast du eine Glühbirne bei dir auf Lager? Ja, vier Stück habe ich, vier. Nee, dann sind das definitiv meine Sachen. Weil ich habe hier keine Glühbirne drin, deswegen kann ich das nicht bauen. Warte mal, warte mal, ich rufe gerade eine an. Warte mal. So, ich habe den EP jetzt mal stumm geschaltet. Ich hoffe, der kriegt das jetzt mit. Der ist nämlich jetzt im Real Life kurz am Telefonieren, nicht im Spiel. Also das ist sehr, sehr seltsam, muss ich sagen, dass man jetzt hier die Sachen machen kann. Ich glaube übrigens, unser Essen kommt gerade. Glasofen. Den Glasofen konnte ich noch nicht herstellen. Also das mit dem Zusammenspielen, bin ich ganz ehrlich, ist wesentlich schwieriger als gedacht. Aber ich meine, es ist noch eine Open Beta. Da kann sich natürlich noch einiges tun. Dass man seine eigenen Sachen sieht, hm, ja, kann gut gehen, kann, ähm... Kann okay sein, wenn man mit seinen eigenen Vorräten im Endeffekt woanders was bauen möchte. Ist aber auch wieder blöd, wenn der andere sagt, hör mal, ich hab total viel Holz gerade gegrindet, äh, mach mir mal das und das damit, bitte. Äh, das geht dann halt nicht. Und wir sind zwar jetzt in einer Gruppe und wenn es hier eine Karte gäbe, ihr wisst ja, hier gibt's keine Karte, dann würden wir uns wahrscheinlich auch sehen. Aber das ist vermutlich dann auch das Einzige. Weil, wie gesagt, also alles andere läuft nur über mich und funktioniert gar nicht. Ja, und die Öfen kann ich auch nicht benutzen. Ich meine, gut, ich, es ist okay, wenn man Leute einfach einlädt, so wie ich das jetzt, oder annimmt, so wie ich das jetzt gemacht habe. Äh, da ist es okay, wenn man natürlich nicht von den anderen klauen kann. Jetzt ist er sich gerade wieder bewegen. Ich frage mal eben nach. Bist du wieder da? Ja, bin wieder da. Okay. Ähm, ja, ich war gerade darüber am Reden, dass das natürlich sehr un... Also, fürs Zusammenspielen, bin ich ganz ehrlich, ist das eigentlich nichts. Obwohl das ja das war, also aktuell, ne? Obwohl das ja das war, womit sie halt groß geworben haben. Du bist Gruppenführer, mach mal das Grünchen weg hier. Warum kann ich dir nichts geben, ey? Also, ich sag mal, das mit dem Geben wäre das Mindeste, bin ich ganz ehrlich, was man machen können sollte. Dass man für den anderen, ich meine, ich habe ja auch einige Leute in der Freundesliste, die ich jetzt so angenommen habe. Habe ich ehrlich gesagt nicht immer nachgedacht. Dafür ist es okay, ne? Dass man nicht einfach hingehen kann und sagen kann, so, ich mache jetzt einfach dein ganzes Holz, klatsche ich dir jetzt weg. Auch wenn du das vielleicht nicht willst, ne? So, das finde ich okay. Ich fände es aber besser, wenn du einzelnen Leuten besondere Berechtigungen geben kannst. Wie jetzt zum Beispiel wir beide. Oh, ich rieche die Pizza bis hier. Hm. Wie jetzt zum Beispiel wir beide. Wenn wir jetzt sagen, solange wir uns gut freund sind, ne? Und noch ein Liebespaar sind, ist alles in Ordnung. Und wenn wir uns trennen, dann stellst du einfach die Berechtigung aus. Genau. Nein, aber. Also das. Ich meine, du hast ja immer mal einen, mit dem du eigentlich zusammenspielen möchtest, der dann auch für dich was übernehmen möchte. Ja, vor allen Dingen, ich kenne kein Spiel, wo du nichts jemandem geben kannst. Ja, also das ist wirklich das Mindeste. Ich möchte mal kurz eins ausprobieren. Ich kann dir aber ein Feld bestellen. Das könnte ich machen. Ja, weil ich dir die Berechtigung gegeben habe. Manche, das hängt damit zusammen? Natürlich. Sonst könntest du es auch nicht machen. Ich habe dir gegeben, du darfst ja auch verschieben und so. Also solche Sachen machen. Aber irgendwie. Oder kannst. Guck mal, was ist denn, wenn du die Versandkiste guckst? Siehst du da meine Sachen drücken? Na, denke ich mal nicht. Dürftest du ja nicht sehen. Sind die da noch drin? Na, ich kann ja gar nicht öffnen. Nee, nee, ich kann auch deine Post nicht lesen. Scheiße, kann ich jetzt nichts von diesem Weiband lesen hier. Kannst du meine Freundin gar nicht lesen. Die Briefe, die Liebesbriefe. Nein, deine Freundin bin ich. Das sind Geliebte höchstens, ja? Ja, geht mit. Hä? Ist hier hinten eigentlich noch irgendwas? Nee, ne? Nein. Ich bin ja... Außer im Zorn. Ja, den muss ich noch erweitern. Ich habe ja das gekauft hier erst. Aber ich habe so wenig Geld. Ah, er hat auch einen Webstuhl. Sehr schön. Das wollte ich mich auch noch gesagt haben. Ich habe da nämlich in der letzten Folge, war es glaube ich, rausgefunden und ich war total begeistert, dass ich mir jetzt quasi eine Endlosschleife machen kann, auch wenn es sehr lange dauert, indem ich eine Baumwolle nehme, daraus mehrere Samen mache. Ich glaube, bei Baumwolle waren es drei. Dann kann ich drei neue Baumwollen wieder pflanzen. Baumwollen? Kann man das so sagen? Also Baumwollen kann ich dann dreimal neu pflanzen und die kann ich dann wieder ernten. Ich muss immer nur eins übrig behalten, damit ich halt wieder so einen neuen Zyklus bekomme. Die kann ich wieder ernten und dann in Stoff was, glaube ich, umwandeln. Und das ist sehr, sehr geil finde. Oh, warte mal. Ach so, ich kann aber deinen Kleiderschrank benutzen, damit ich meine Klamotten wechsle. Ja, das sind deine Sachen, aber dann auch wieder. Du kannst ja auch mal eine Truhe und ich dachte erst, ich... Nee, nee, Klamotten wechsle. Aber das wäre krass, wenn du dir das schon wirklich benutzen könntest. Ja, dann wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Aber ich kann Essen grillen. Das kann ich komischerweise. Warte mal. Ja, aber aus deiner Kiste. Ja, nehme ich mal an. Ich habe noch drei Pilze da drin. Ich mache das mal. Ich nehme mal an, dass das jetzt meine Pilze waren, aber... Ich bin zwar ein bisschen flambiert gerade. Ich bin kochen auf Level 3. Und du? Kann ich gleich gucken? Ich weiß nämlich wieder, wie es geht. Glaube ich. Warte mal. Ich? Kochen, nachdem ich das Rezept ja versaut habe, bin ich auf Level 2, ein Drittel so ungefähr. Ich wollte ja noch kochen, aber da bin ich jetzt stehen geblieben in der letzten Folge. Das heißt, da konnte ich noch nicht weitermachen. Holz bin ich aber auf 6,5. Also das geht mühsam weiter, aber ja. Übrigens, was mir aufgefallen ist, das habe ich noch nicht gesagt in der vorherigen Folge. Ich habe mich hier immer gefragt, wer für was zuständig ist. Habe mir hier ein Zettelchen gemacht, habe mir extra aufgeschrieben. Bei dem habe ich die Spitzhacke bekommen, bei dem habe ich das bekommen. Drückt einfach auf I fürs Inventar und geht auf eure Fertigkeitsstufen. Und da steht wunderbar dran, mit wem ihr das Ganze macht. Habe ich immerhin nach, ich glaube 20 Folgen oder so, habe ich es immerhin rausgefunden. Ist doch schon mal etwas. Du weißt auch, dass du hier romantische Beziehungen eingehen kannst? Ja, weiß ich. Ach, das weißt du also schon, so, so. Ja, ich habe schon versucht, aber geht erst, wenn du einen bestimmten Level hast. Ja, ja. Ja, das merke ich mir. Ich glaube, ich sollte die Folge tatsächlich beenden und einfach mal dem Epi seine Pizza klauen. Ja, ja, genau. Und, ja, aber dann esse ich jetzt die Pilze, esse ich da nicht, dann esse ich die das nächste Mal. Ich habe das Gefühl, die laufen ab. Ja, ja, die laufen, ja, weil die Welt doch weiterläuft. Das läuft ja alles weiter. Ach, echt jetzt? Dadurch läuft das dann ab. Ich dachte immer nur, wenn ich online bin, aber irgendwann bin ich reingekommen und das war dann wieder weg. Deswegen, hm. Warum kann ich die, warum, warum kann ich die Auswahl nicht herstellen? Weil den Epi, der Erste, steht hier, ne? Und dann das Grünchen daneben. Das wirkst du gar nicht, äh. Bin der Erste. Und der Letzte. Von mir. Und damit würde ich, jetzt hat er sich erschrocken. Damit würde ich sagen, bevor er sich nochmal erschreckt, wenn ich ihm die Pizza komplett geklaut habe. Ja, ist das so viel wie, hallo Schatz, oder ist das so viel wie, tschö, ich geh dann mal. Ich geh dann mal. Ich geh, ich esse deine Pizza. Aber das nochmal zur Erinnerung, falls ich die Folge bis dahin denn überhaupt nochmal angeschaut habe. Weil ich habe noch einige umzuwandeln. Das muss ich mir auf jeden Fall als Deko reinsetzen. Das ist das, was wir schon hatten. Aber ich habe keinen Tisch, ich wollte ein Sideboard noch erstellen und da wollte ich die drauf tun. Da wolltest du mich drauf tun? Nein, diese Dinge, oder du meinst doch hier die Pflanzen, die Kükelpflanzen, meinst du doch, oder? Ja, ja, genau. Ja, die wollte ich dann auf so einem Sideboard machen. Ich kann mir auch Fisch grillen, stimmt ja. Ja, ja. Eigentlich wollte ich den verkaufen, aber dann habe ich zumindest mal was. Ich habe mir eine Auster gegrillt. Oh, die ist sogar, die ist sogar mit Sternen, dann verkaufe ich die. Was bringt die? Ich habe mir eine Auster gegrillt. Oh, die ist sogar mit Sternen, dann verkaufe ich die. Ja, ja, die bringt 40 Gold, hallo, dann weg damit. Weg die Scheiße. So, warte mal. Die hat jetzt 50 für den Pilz und 50 für den Fisch. Ja, ist doch super. Und dann kann ich immer noch 46 und 50 für die beiden Fische holen, wenn ich... Achso, ja, aber hier kann ich es ja nicht machen. Das wäre natürlich auch cool, wenn ich bei dir wäre und sagen könnte, okay, ich schmeiße meine Sachen mal da rein. Aber da müsste wirklich oben stehen, Box von Gameplayerin oder so, wenn ich bei dir bin. Weißt du, dass man... Aber ich denke, das ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert und dann könnte es Bugs geben. Und ich denke mal, dass sie es deswegen wohl nicht gemacht haben. Was okay ist, muss ich dazu sagen, ne? Ich meine, mit deiner Verkaufskiste und so habe ich ja nichts zu tun. Das ist in Ordnung. Was halt wirklich schade ist, dass man sich keine Sachen geben kann. Und ja, dass man im Endeffekt auch nicht helfen kann, ne? Dass man nicht sagen kann, derjenige bekommt jetzt die Berechtigung, äh, was weiß ich. Hier was rein... Also, ich denke, das ist an die Box gekoppelt. Weil ich deine Box nicht verwerten, äh, verwerten, verwenden kann. Verwerten kann ich sie übrigens auch nicht. Guck mal, was ich mir jetzt gemacht habe. Deswegen, das hast du in deine Tasche reingetan, das sehe ich nicht. Weil ich die nicht verwenden kann, kann ich halt auch die Dinger hier nicht benutzen. Ich denke mal, darum geht's. Wolltest du mir jetzt was vor die Füße werfen oder warum stehst du jetzt da so komisch? Ja, Moment, ich muss mal in die Sachen noch kraften. Ich krafte gerade Möbel. Aber ich kriege ja immer was Neues dazu. Aber ich habe Hunger, ich will Pizza heißen. Ja. Hab Hunger. Warte, jetzt guck mal mit, ich muss das mal hinstellen. Ähm, wo steh ich denn das hin? Da vorne. Das finde ich auch doof, dass man sich nicht da draufsetzen kann auf die Möbel und so, ne? Die sind echt nur Deko. Ja, das ist doof, doch. Übrigens, das hier. Ich möchte es gar nicht aussprechen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Viecher heißen. Das sind diese Kachulas oder sowas. Wie heißen die kleinen Viecher nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall diese kleinen, die ich one-shotte. Ich meine, gut, die großen kann ich jetzt mittlerweile auch one-shotten. Ach, ich bin so doof. Ich benutze vor allen Dingen immer die Pfeile bei den kleinen. Guck mal, das habe ich mir gerade geholt. Ja, was ist denn noch? Ah, nee. Das ist auch wieder, um Klamotten zu ändern, ja? Nein, da. Hier. Wo hast du, sagte, hierher? Ja, hab ich gecraftet. Du bist ein Arsch. Und den auch hier. Und dann habe ich... Der ist mir egal, aber die will ich haben. Und ich will darauf spielen können. Und ich will deine zertrümmern können, weil ich noch keine hab. So. Ich gehe jetzt hier. Oh, ich habe Post. Ich habe einen Brief. Von Reed. Es ist bestimmt wieder irgendeine Tussi, mit der er eine Beziehung eingegangen ist. Was kann ich sagen, you can wanna come in and go with new Rezeptus? Von Rahm. Ja, das muss ich holen, aber jetzt nicht. Mit diesem wundervollen, komischen Lied, was der Epi gerade gesungen hat, würde ich sagen, dass ich endlich mal nach drüben gehen kann und meine Pizza essen kann. Weil bei mir, 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 mir tränen schon die Augen, weil ich nichts essen kann. Und, und der Epi hat mich rausgeworfen. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn du da rausgehst, wenn ich rausgehe. Ich bin in meiner schönsten und traurigsten und mitleiderregendsten Abmoderation gewesen. Und du Schwein wirfst mich einfach aus deinem Haus raus. In diesem Sinne, Leute, ich muss jetzt was essen gehen, Pizza. Tschüss. Ich werde hinterrücks noch mal zum Epi reingehen und werde dem überall nur Chaos veranstalten. Und die Gitarre kaputt machen. Die hat eine Berechtigung, muss ich wegmachen. Ja, aber ich kann glauben, warte mal, warte mal. Du bist offline, oder? Äh, ja. Bleib mal kurz offline. Ich möchte mal eben ausprobieren, ob man da auch, nee, ob man auch da hin kann. Dann, warte mal, wähle dein Reiseziel, Epi der Erste, besuchen. Nee, Verbindung nicht möglich. Ja, ist eigentlich logisch, weil der hat mich ja rausgeworfen, als du rausgegangen bist. Äh, ist currently not on plot. Ach, du musst auch da drin sein, wenn ich das richtig verstehe. Nicht nur online, sondern da drin sein. Okay, das wollte ich nämlich jetzt mal eben wissen, ob man, weil du jetzt sagst von wegen die Berechtigung, ob man trotzdem dann im Nachhinein nochmal drauf kann oder nicht. Das ist nicht möglich, aber ich werde schon irgendeinen Weg finden, beim Epi die Gitarre zu zerschlagen. Sagt ihm das noch nicht, weil dann kann ich so tun, als ob das, äh, weiß ich nicht, als ob das so ein, so ein, so ein Chumba-Dingsbums ist. Jetzt habe ich übrigens auch die Party verlassen, Sauerei. So, ich gehe jetzt. Tschüss. Tschüss, Leute. Ja, ich sage mal, danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gibt es wieder ein normales Let's Play. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank. Vielen Dank.